Ich werde natürlich frei sitzen und spielen und ich werde probieren auch mit der Sprache ein bisschen zu experimentieren, weil oft ist es so bei meinen Konzernen, dass die Musik im Moment entsteht, aber die Sprache festgelegt ist, weil ich verschiedene Texte auswendig kann oder lesen tue, aber heute möchte ich auch sozusagen mit der Sprache experimentieren, auch die Sprache aus dem Moment neu entstehen lassen und werden wir schauen, was dabei rauskommt. Ich lasse mich selbst überraschen und freut euch auf ca. 45 spannende Minuten und wünsche mir Vergnügen. Das Klavier hat mit mir gesprochen vorher. Ich habe mich eingeschrieben und habe einen kurzen Exkurs mit dem Klavier gehalten und habe festgestellt, das Klavier möchte von mir auf eine ganz spezielle Weise hatte behandelt werden. Nämlich ungefähr so, also eher abstrakt und ich bin ein sehr folgsamer, gefügiger Mensch und ich habe... Und ich habe gesagt, okay, Liebesklavier, ich werde das machen, wenn du willst, bis der sich abstrakt spiele heute. Dann will ich das tun. Ja. 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 Musik 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 Und falls du auch falls noch einmal irgendetwas Tonales dabei sein sollte, dann bitte ich mein Liebespublikum, mein Liebesklavier, mir diesen Ausrutscher zu verzeihen, man kann ja heute nicht anders. Wenn du sie Tonal schieben, dann ist man halt ausgequetscht, dann ist das nicht so schwierig. Also bitte nicht, 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 nicht böse, wenn da irgendetwas, krieg ich was Tonales, Verständliches einmal rauszukommen, aus diesem Zeug, aus diesen Tasten. Das sind ja nur schwarz-weiße Tasten, 84 und 12, 12 mal 7, mit jedem, der auch mit der A für 12 mal 7, mit Schembo sollten da rauskommen. Also im Prinzip kann der da gar nichts aussagen, rein mathematisch gesehen. Jederzeit, unwiederholbar, war alles schon da gewesen. Und wir sind natürlich etwas, was dem lebenden, jetzt lebenden Künstler schwer zu schaffen macht. Dass er nichts Neues mehr zustande bringt. Nichts Neues. Aber wir fordern das Neue, das Neue, das Neue. Dass es nie geht, nie gehen kann, denn irgendwer, irgendwo hat überschaut, das Neue, das Neue, neulich, neulich habe ich das Neue, das Neue, beigesteuert. Sobald er nicht an der Schule kam, soll ich diesen 84 Tisten immer wieder etwas probieren. Das Stück ist jetzt aus, aber es geht auch gleich miteinander. Und weiter geht es, indem ich ja versprochen habe, ich habe vorher gefragt, ob in diesem europäischen Hallen, die ich sehr schätze und danke herzlich für diese Einladung hier, ob hier schon etwas zu wissen, ob es in allzeit und allzeit beherrschendem Thema schon etwas gesagt wurde. Und dann hörte ich, nein, 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 es wurde nichts gesagt über dieses Thema. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einen Test. Und eigentlich wollte ich, ja, das ist mir konformt Test. Das geht meistens. Testing, testing, one, two, 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 one, yes, 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 Testing. Das ist mehr Höhen, 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 gut, 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 Testing, Testing, one, two, Testing, 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 ja, ja, habe ich ja gelesen, das ist mir immer gereist und so, wir können eine New Community machen, ja, wir können hier mal ein bisschen, ja, wir können hier mal ein bisschen play, das wird mir, wir können hier ein bisschen mehr und das ist wirklich alles ganz leicht. So Test, 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 wir müssen uns testen, testen, testen、 Die Beste Nein, 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 hab ich gesagt, ich brauche jetzt kein, 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 kein Corona-Lied. Nein, nein, kein, 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 kein Eine besondere, eine besondere Liebschaft von mir, das ist der Jazz, der Jazz, das ist eine flüchtige Gesung. Eine andere Liebschaft von mir ist die Heimat. Die Heimat, die Heimat, die Heimat, die Halmusik, die Walzer, die Landler, die, 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 was gibt's denn da? Die Gestrampften, die Gestrampften, die Gestrampften, die Gestrampften. Wenn du bei der Schule gibst, dann an so einem Gestrumpften, dann schlägt er ein Gestrampften, an dem in die Übung rein, wenn du da kommst, dann kommt so eine Gestrampfte oder so ein Landländer, andere, vielleicht, Musik 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 Und eine besondere Liebe gehört natürlich der Klassik meinen Vorvätern und Vormüttern und Vormüttern, diese schöne Koranung, das kranische Element, es gibt etwas kirchlich-feilig, das kranische Atheistenmenü, ich auch nicht, aber was wird in der Nichte schwecken? Gern habe ich so gemacht, diese kleinen Reisen, die in verschiedene Länder kommt, so richtig wie wenn man unterwegs auf der Landkarte ist, und irgendwie so Landschaften zieht, was da auftaucht, Räume, Sträume, Wiesen, eine kleine Weise, vielleicht Freunde, Kultur. Musik 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 Amen. 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 Und dann geht es wieder weiter. Ich habe versprochen, es wurde versprochen, dass es auch Dichtung gibt. Und ich werde versuchen, diese Dichtung mit der Musik zu vereinen. Und da gibt es einen Text, der heißt, es gibt genug, die zu selten bereit werden, aber man muss erst suchen. Eine gewisse ernstzunehmende Aufgabe im Lebenskampf. Beschäftigungslast dabei. Der kulturelle Aufstieg hat seinen Preis. Bezahlt wird den Verlust am Ohnedrüberkant. Man muss erst sehen, wie man zueinander passt. Wer kauft schon eine Katze für den Sack? Seit Verlust grau wird bis zur Ununterscheidbarkeit. Deshalb bleibt man selbst auch immer häufiger in den Regalen liegen. Übernachtet ihn tief drübenfach. Wenn nicht mit Heißumme verzehnt. Er landet nicht am Karstenbruch. Wer nicht mit der Liebe in die Hände ausgeworfen hat und auf seinen Bestimmungszelt gebreit hat. Sondern der wird träge und verschlafen dahin. Er landet nicht am Karstenbruch. Er datet auf die komische oder halbblinde Kinderhand. Gesagt Nimmerlein Es verordnet sich eine bunte Verpackung. Mockt mit Leuchten. Sticht ins Auge. Das Auge sticht zurück. Bis endlich ein Hungeriger nach Hause schlägt. Und mit fett triffenden Fingern schnabelt. Mockt mit Leuchten 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können uns anders verhalten werden. Und das nehmen uns diese Kinderlieder weg. Und wenn wir es zulassen. Jesus erzählt mir sowieso aus dieser Geschichte. Oder diese Melodie erzählt mir diese Geschichte. Also Melodie, sprich zu mir, was sagst du zu mir? Was hast du mir zu sagen? Okay, vertraut, hast du gesagt? Okay, so vertraut, gut. Ich werde mich gewöhnen. Nur zu einfach sein, okay? Und zu jetzt, sowieso. Die Zukunft ist eine Lösung, sowieso. Be98. Es gibt noch eine Frage, unter der Autorität. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich breche beides und stürze in den Fluss. Untertitelung des ZDF, 2020 Ineinander gefallen, nur gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 So tiefschwarz, so richtig eingefährt, so wie ein böser Neger, das darf man nichts an. Bitte schneiden Sie das raus, diese bösen Neger dauern nichts an. Und diese weißen, diese weißen, diese weißen, alten, weißen Männer, so wie der Teufel, so der Teufel mit diesen weißen Trasten. Und alle die schwarz-weißen, die immer schwarz-weiß war, die haben keine Fahne im Gesicht und keinen muckelnden Knach, die haben kein Herz in der Seele oder nur in der Hose, und in der Hose, was haben Sie denn da? Hose, Pfahne, Eier, nur im Teufel, ein mieser Typ, so ein Sexist, ein Sexist, Faschist, ein Freiheitsliebe, nein, ich bin ganz klar, ich bin ganz komfortgruppenkomfortkompatibel mit jeder Religion, mit jeder friedlichen Strom, mit einem, ich kann gut mit einem, ich kann gut mit einem Geld scheinen, jeglicher Wertung, ich kann gut einstecken, ich kann nur sehen und austeilen, Zitat mit mir, mit meiner Verlogenheit, ich bin ein Lütter, ein Lütter, ein Lütter, ein Lütter, ein Reichter, aber ich war wahrheitsliebend und brav, gut hinzu, mit gutem Tischballier, ich weiß, wie man die Sanchezze besser ist, ist das Hautgewicht, ich weiß, dass mein Bein zum Essen nicht Ich darf ein Zeichen überwinden, aber wir werden nicht schmucken. Wir sollen überhaupt ganz, ganz korrekt sein. Ich bin ein Freund, der korrekt hat. Wir können alle umbringen. Nee, wir enthalten, aber es muss korrekt passieren. Man muss sehen. Vorher haben wir gemeinten Fragen. Wir finden es in Ordnung, dass wir sie jetzt gleich mit Jenseits gefördert haben. Sie stimmen doch zu, wie sie uns hier einverstanden ist. Wenn sie sich, mein Sohn, wir können die Hände halten und sie vernichten. Ich bin vorbei, der ist aber bitte nachher. Ich habe immer meine Zeit, um etwas zu erledigen. Was ist eine gute Frage? Und ob es sinnvoll ist, kommt mir zu. Aber wir tun so, weil es nicht gut, weil es nicht gut ist. Und es ist ein Problem. Dabei geht es nur nur, dass alle, dass alle uns überlegen. Und wenn wir uns über den Tisch ziehen. Und wenn wir uns über den Tisch ziehen. Und dann eine in die Fresse kommen. Und dann einmal an. Und darum geht es nur. Und es geht immer darum, dass es ganz eine. Und die ein, 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 ein. Wir, drei, ein, 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 ein Diese ihm, wir uns überlegen. Irgendestens nichts, sondern wir wissen es nicht. Aber wir tun also wir wissen. Wir sollten's längst wissen, aber vielleicht erklären Sie, wir wissen. Wenn du so, dieses Konzert endlich zum Gebet ist, wenn diese schwarzen Tasten dich nicht mehr betrügen und die meisten dich nicht mehr in das Licht fühlen, wenn nur noch Herztöne schreien, wenn nur noch Sehntöne kämen, wenn nur noch Lieder singen und ihre Hand. Vielleicht können wir uns diese Lieder das alles erklären. Wir könnten zumindest nur bitten. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verschwören mit diesen Tasten. Und wir könnten den Schlussakkord in die Wege leiten. Aber freut euch nicht zu früh. Es dauert noch geschätzte 14,87 Sekunden. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verschwören. Und da ist es aus. Da geht mir alle und jeder seine Wege. Allein oder zu zwei. Immer mit sich. Und im Kopf und im Herz vielleicht zu eins oder nichts. Aber so gescheit wollte ich gar nicht reden. Und dann spiele ich das dann, um Kinderlieder zu bleiben. Danke. 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 Ich danke dem Gastgeber und ich danke dem großen Gastgeber, dass wir hier sein dürfen. Für noch 14,62 Euro. Ich danke dem Gastgeber und ich danke dem Gastgeber. Applaus